Paris im Jahre 2013. In den von einer Mauer umgebenden Vororten regieren Gangs als die absoluten Herrscher. Wieso sollte ich eine Aktion durchführen, von der ich schon vorher weiß, dass sie scheitern wird? Sie wollen, dass ich in einem der schlimmsten Vororte dieser Stadt eine Bombe entschärfe? Keine attraktive Vorstellung. Du hast 23 Stunden, diesen Dreck zu verkaufen. Was diesen Ort betrifft, haben wir jemanden, der sie führen wird. Leto, auf geht's. Jetzt drehen die mir tatsächlich einen Partner an. Du willst wirklich in diese Hölle? Schlag mal dein Diensthandbuch auf, Kapitel, ich steck tief in der Scheiße. Hilfst du mir jetzt, diese Bombe zu finden, oder geht ihr weiterhin alles am Arsch vorbei? Was willst du denn noch von mir? Die Kleine will dich. Nein! Ich warne dich, weh, du fasst mich ab. Sie ist in guten Händen. Er hat deine Schwester und meine Bombe, drei gute Gründe, zusammenzuarbeiten. Was soll das denn darstellen? Ist vielleicht ein Geschenk von Taha? Ja, Geschenke wollen aufgerissen werden. Damia, an der Geschichte ist irgendwas faul. Das stinkt nach Ärger. Was hab ich nur getan, dass mich heute alle anscheißen? Du hast meine Karre gerade in eine Ziehharmonika verwandelt. Was kann ich dafür, wenn bei dieser Dreckskarre die Bremse nicht funktioniert? Ich geb dir mal einen Tipp, Weißkäse. Das hier ist nicht Monaco, sondern Bagdad.